So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play LZ PvP Ah Mist Ich vergesse immer wieder so mit X zu catchen Das ist ein Verhängnis für mich LOL Wieso bin ich von tot? Alter Ah nein Du hast es doch Zeitsegel Ich hab dir das doch auch gegeben Und bei mir hielt das genau eine Millisekunde zu kurz Oh, schon einmal für Riesenteile ich jetzt hab Alter Pass auf, die kommen So Ich vergesse immer, was ich das mit dem Shang nicht machen kann Wie das Corona-Arsch-Hacker ist Ach, scheiße Nein Boah Du hattest genug mal am Fallen zu lassen Wenn du einmal raus springen müssen Dann hätte ich die fertig gemacht Trotzdem Trotzdem Atebriefstack ist geil, ne? Ja Ja, ja, ja Da konzentrier dich auf Siege-Shading und lass mal Stream-Markierung und so weiter weg. Einfach nur draufballern, bis du MP hast. Na gut. Probier's mal. Oh. Eine, 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 eine. Warte, ich lock dich zu uns an. Du kommst hier nämlich zu uns, ohne sich wehren zu können. Siehste? Nein. Wuh. Insofern haben wir jetzt ein Feld. Aufpassen. Alter, hast du gesehen, was das abgezogen hat bei mir? Ich glaube, ich stand mittendrin. Ich glaube, wir sind rausgesprungen, oder? Nein, wir haben gestorben. Okay. Nein. Nein. Oh. Alter, die trifft mich immer genau. Jetzt sind wahrscheinlich beide Kills von mir. Ich sollte gleich ein bisschen auf Abstand bleiben. Ach, nee. Zufällig, weil du eine Fährkampfklasse hast. Ja, Logo. Und das trifft auch noch. Ich werde euch zermeilen. Koordinaten einstellen. Alter, alter. Alter. Du bist viermal gestorben. Alter, ja, alter. Du bist viermal gestorben. Alter. Okay. Ich sag mir, ich möchte mal, dann bin ich mehr gestorben. Alter, was ist das hier? Ich glaube, es wird Zeit für eine alte Kombination. Da freut sich aber jemand. Nein. Julia. Julia. Ja. Nichts. Sterben. Vor allem nicht viermal. In einem CO2 kommt. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Aber noch ein bisschen. Ah? Was ein bisschen? Kontraproduktiv. Nur ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja. Immer. Ja. 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 Boah, ich werd'n Spaß gleich haben mit den Titeln. Dann darf ich nämlich alle Klassenreihen schreiben, die ich einmal gespielt habe in dem Video. Bitte? Zuhören ist nicht deine Fähigkeit, ne? Wart nicht, nein. Allgemein nicht. Nein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh mein Gott, ich hab'n Klassenpunkte erhalten. So. Mach den Ventilator an, mir wird warm. Zeit für Rache, Julia. Denk dran, Siege. Siege. Nein, 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 ich wollte springen. Ich wollte springen, aber sie hat sie mir schon. Nein, nein, nein. Ja. Alter, schon wieder. Hast du das gesehen? Das macht so krass Damage, das ist unglaublich. Hey, wir sind in der Führung. Ich hab's gemerkt. Wuhu! Wuhu! Vornig! 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 Nein! Das hast du! Nein, sie hat noch immer dieses Geflinke! Nein, sie hatte dieses Rote, den Roten Modus, wie heißt das? Was? Was? Okay. Ist ne Abkürzung. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Nein! Alter! Du merkst das, was mir der Mensch macht, ne? Das ist doch nicht normal, ne? Nein! Boah! Der hat noch was gemacht! Du sch... Wahrscheinlich! Julia! Was? Kommt auf den Charakter an! Toll! 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 Ich komme mit Chip Edgar, irgendwie so ein ganz schlechtes Spiel ey! Oh nein! Ich wollte springen, dann hat sie das gewechselt! Loll! Aua! Wir gelangen mit P akanúdeem, dann hat sie das gegeben! We percent Gina. Wenn Gig Loll! See you! Ze oraz everyone, warte mit ich kostenlos! zu früh. Okay. Sollten am Anfang immer wegrennen. Dürfen nicht vergessen. Nein! Das hat mir weh getan, aber ziemlich. Aber heftig. Stirb! Stirb! Stirb von mir! Siegeswam macht Spaß, ne? Ja. Deswegen liebe ich diesen Charakter. Aua. Aua, ich bin tot. Noblülülülülülülululululululululululululululul! Da soll doch so viel Text auswendig lernen. So. Zwei Seiten,gedwindige Seiten. Muss den Text noch schreiben. So. Ich will den Anfang nicht auswendig lernen, ich will den Rest improvisieren! Mist! I Need your help! Bitteschön. Fuck Ja. Was ist das? Was ist das? Ach, da freut sich jemand. Oh Gott, dass mein S-Rang darunter leidet, aber ist mir egal. Oh nein, ich hab mich verdrückt, ich wollte auf Ja drücken. So, damit beende ich diese Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.